Ich glaube ihr müsst uns jetzt wiederholen hören, ne? Ich dachte das war das Set, aber... Aber ihr hört uns jetzt wieder, ne? Es war einfach verschwunden, oder? Keine Ahnung. Gamer Audio mache ich auch gleich. Nicht mehr, nicht mehr. Nicht mehr, nicht mehr. Nicht mehr. Oh, er wollte den Daunen-Erküll machen. Das war wunderschön. 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 Ich habe mich geguckt. Hallo Heidel. Vielleicht aufs Klo oder dort? Ich weiß es nicht. 3-1, ne? Ich bin doch wirklich Joshi, die in den Hälschen gespielt haben. Was ist das denn in Dortmund, die haben noch nicht gespielt? Ich denke, das sieht besser als Joshi. Beide sind in die Karte. Ja. Ist das Setup hier besetzt? Jetzt wird alles on stream gespielt. Wie wird das? Alles wird jetzt on stream gespielt. Weil wir haben nur noch immer ein Set gleichzeitig. Also sehen wir jetzt alle? Was hat sie noch? Ja. Corgis. Alles jetzt Loser. Ja. Alles so crazy. Kannst du jetzt auch sein? Ja. Jonas, der Sound ist weg. Hat heute gerade gespielt. Ja, ich hab's gemacht. Alles so. Ja, ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank. Du hast Döner? Nein, leider nicht. Einfach so ein Dönerspieß. Ich wünschte einfach. Im Moment, du hast gerade so ein Dönerspieß. Einfach 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 so 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 Dönerspieß. Das ist Gorb! Oh mein Gorb! Das ist fröhlich! Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, und nun mal sicher, wenn man ein Counter-Strike-Drag-Movie getrieben von SK Gaming, wo oft Musikvoll geslappt hat. Ja, und nun mal sicher, wenn man ein Counter-Strike-Drag-Drag-Drag-Drag-Drag-Drag-Drag-Drag-Drag. Ja, und nun mal sicher, wenn man ein Counter-Strike-Drag-Drag-Drag-Drag-Drag-Drag-Drag-Drag-Drag-Drag-Drag-Drag-Drag. Ja, und nun mal sicher, wenn man ein Counter-Strike-Drag-Drag-Drag-Drag-Drag-Drag-Drag-Drag-Drag-Drag-Drag. Ja, das ist mein Kumpel aus dem neuen Kumpel. Ja, klar. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! 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 Vielen Dank. 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 Hallo, Heide. Das war noch nicht so gut. Ja, ich kannte ihn. Oh, Jonas. Das kommt an hier. Ja, ja. Oh, shit. Ja. Ja, das war. Das war. Yeah. Das war. 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 Oh no. Oh. Das war. 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 clean. das war. das war. das war. das war. das war. war. das 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 war. 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 Er ist eigentlich sehr großartig zu spielen. Ich meine, er wird sagen, er spielt wie Schiff, aber... Ich denke, er spielt wirklich gut. Ich glaube, er ist wirklich gut. Baia ist kommentär. Baia ist kommentär. Es ist so lustig, zu hören die Läser zu hören. Ok, ich werde ein Englisch kommentär. Oh, ein schöner Nair. Ein schöner Läser. Ein schöner Läser. Und jetzt ein schöner Läser von Dickstress. Ein schöner Läser. Ein schöner Läser von Dennis. Ein schöner Läser. Ein schöner Läser. Ein schöner Läser. Läser Läser. Toen, Sie wollten lassen das, was Sie wollen. Ein schöner Läser. Diese call Gentlemen? Ein schöner Läser! Ich denke, ich habe nicht Combat mac. Du hast das zu veh planned. Ein schöner Läser. Ein schöner Läser. Ein schöner Läser. Ein schöner Läser! Schönes MASH! Schönes Haptild von Nick Schrepp. Du hast den letzten Stock auf dieses... Set. Okay. Okay, cool. Nählich totgleich. Letzige Spiel, letzte Stock. Kommt, Nick. Mach es in. Oh, das ist so ein Dach. Einen Grab! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! What?! Lasers are not safe. This... Oh, oh, oh! 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 I think he could have... nerd, but... Get out! Oh! Don't do it, don't do it. Okay, nice. He went tight. Tight. Don't up her, don't up her. You got nerd. Oh, mama mia! Oh, no! The grab! No, 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 like this. That's important. It's fine. And he probably won't kill. You can live. Unless he goes for the ultimate shifter. He will live. Oh, no! Oh! That's okay. I don't think he'll the eye up there. I think... Because Dennis could have up smashed too. How was the magic? Well, at least Haider's happy. Next run done doing the magic, i.e. losing. I taught him that one, ladies and gentlemen. That's the magic. Yeah, he should just leave the magic. Winning the game and losing. See you guys. My good shit, Dennis. If you were watching this set, that was very clutch. I obviously have to root for my boy, but... He played really well. Yeah, being like Dennis is a menace honestly. I feel so sad that you are sad. Du musst mich sagen lassen, das ist wie du sagst. Du kannst nicht die Gefühle ausdrücken, du musst sie verlassen, nicht verlassen. Wie wir gesagt haben, auf der Gruppe Chat. Ich bin nicht zurückgebracht, weil ich jeden Tag in der Gruppe Chat spreche in der Gruppe, es gibt 200-Message-Konferenz. Ja, ich war an der Zeit gearbeitet. Ich hab alle in der Gruppe Chat. Ich war an der Zeit gearbeitet. Ja, sorry. Oh mein Gott, medafy.com. Ja, ich hab alle in der Gruppe Chat. Ja, ich bin echt nervös. Ja, ich denke, die immer mehr Experten die Spieler gewinnen, weil wenn du da bist, wirst du da bist, wirst du wie die Leute auswählen. Ich glaube, ich habe das Problem mit Game 5, wo es gar nicht mehr nervös ist. Der erste Schritt ist, ob es nicht komplett aufzuhören und zu spielen Melee, aber der zweite Schritt ist, dass es so wie es in Game 5 ist und zu bringen neue Sachen in Game 5. Das ist so schwer. Aber natürlich, Dennis ist wirklich gut über ihn, weil er schon seit 2002 ist. Aber es ist so schwer, um neue Sachen zu machen. Obviamente, FD hilft, aber das ist nicht warum er gewonnen hat. Ja, Nikolaus hat den ersten FD-Games gewonnen. Oh, das ist ein bisschen chill. Ja, das ist das, was ich spreche. Actually, Nick kind of agrees with it. Deniz ist wirklich gut an sichern seinen Rhythmus in den Matchen. Das ist vielleicht seine beste Sache, ehrlich gesagt. Und ja, ich denke, das ist das, was passiert. Everyone war expecting ihn zu kind of fall back. Und das ist das, was Pete macht. Das ist das, was Pete macht. Aber es geht in und es funktioniert. So... Good shit, Dennis. Das ist das... Das ist wie du spielen Game 5. Ich bin ein bisschen besser, aber... Das ist meine Analyse. Vielleicht bin ich falsch. Hier ist Niki in den Chat. Niki, komm hier und prove mich falsch. Ja, ja, ja. No, Nikolaus war sehr gut. Es hat nicht viel verändert, ich denke. Aber ich denke, in Game 5, du musst deinen Spielplan ändern. Ja. Ja. Nick, wie ich, war ein bisschen neu für mich, um die Situation zu wissen, das gut zu wissen. Ich denke. Und... Und... Es ist nicht genug, um zu bleiben. Du musst eigentlich etwas machen. Ja. Ja. Aber ja. Das war sehr gut. Ja. Ja. Das war sehr gut. Das war 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 gut. Aber er hat super gut gespielt. Er hat sich sehr gut adaptiert. Er hat sich sehr gut mit meinen Dash-Attacken. Ich war immer Dash-Attacken. Ich habe eigentlich eine ganze Analyse gemacht, warum du es wollte. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Ich werde es hören. Ich werde es wieder hören. Und dann einfach auf mich und sagen, es ist falsch. Ja. Und dann sagen, es ist die Magic. Das ist die Magic. Ich denke, dass es die Magic ist. Ich denke, dass Nick wird nicht so schuldig sein. Ich denke, ich bin zu spielen. Ich bin zu spielen. Ich bin Dennis. Du wirst nicht wissen, was es ist. Ich habe eine gute Idee. Ich bin der C-Done. Ich bin Dennis. Ich habe eine gute Idee. Es ist der C-Done. Ich bin der C-Done. Was ist der C-Done? Was ist der C-Done? Weil du musst du diesen hier halten. Und dann das. Ja. Manchmal ist das hier. Was ist die Magic? Heide, bitte. Nicht du. Bitte. Was ist die Magic? Nein, niemand hat meine Becken. Nick, bitte. Nick, wo bist du? Ich gehe in den Chat. Gib mir ein Komplett. Das ist eine philosophische Frage. Was ist die Magic? Ich werde auch in der Mafia sterben. Ich werde auch in der Mafia sterben. Ich weiß schon. Ich weiß schon. Es ist lustig, um die Magic zu töten in der Mafia zu töten. Ich denke, das letzte Mal... Du hast meine Becken, aber was ist die Magic? Ich denke, das letzte Mal, ich war der Healer. Ich habe alle Menschen, die zu töten werden. Huh? Ich denke, das letzte Mal, als wir in der Mafia spielten, ich war der Healer. Du stirbst? Ich war der Healer. Der Medik zu töten. Oh, ja. Und ich habe alle Menschen, die zu töten werden. Ja, okay. Ja, okay. Heider, danke. Ja, immer... Come on. Ich brauche mich zu haben. 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 Wo sind wir in der Mafia? Ich weiß nicht. Vielleicht. Ich hoffe so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, weil ich werde sterben. Ich hoffe so. Es wird Spaß. Was? Es ist so lustig. Es ist so laut. Es ist Grand Final Hype. Was ist Hype? Ist es Hype? Ja. Ich meine... Dennis ist ein guter Spieler, aber... Ich weiß nicht, Mann. Varsack ist krass. Ja. Und Fox beats Peets 95.5. So... Oh! Ich weiß nicht. Es ist ein Glas. Abtilt, Abtilt ist cool. Es ist so lustig. Es ist so laut. Aber es ist nur halbwegs von vollem Volumen. Auf der Tür. Auf der Tür. Auf der Tür. Auf der Tür. Warte, ich bin ein Spamming Backer. Vielleicht ist das was ich. Ja, heute ist Mafia Heider. Es ist so sad, dass du auf der Tür bist. Hey! Ich muss ein Hüge sein. Du solltest hier sein. Ich muss ein Hüge sein. Schön, dass ich Jonas habe. Diese Saison ist so ein Banger. Oh! Oh, okay! Parsecco! Er ist wahrscheinlich Matthias-Signal wrong. Oh mein Gott! Okay, das ist lustig. Nein, ich bin wirklich nicht interessiert. Aber ja, nein. In Norden, Matthias ist besser, glaube ich. Es ist nur in den Städten, oder? Ich denke, vielleicht. In den Städten, und auch in den Süden. Ja, meistens. Wenn du Nord von Römer bist, ist es knapp. Ich denke, das ist, weil... So, du bist cool, Heide. Vielleicht, weil sie die Pfots sind? Ich meine, es gibt eine Mafia, aber es ist auch ein secret Hitler. Ja. Ich denke, das könnte mit den Kriegen sein. Especially in Berlin. Ja. Ist dennis ein guter Hugger? Okay, ich werde ihn fragen. Ich denke, der Secret Hitler ist ein schlechtes Branding. Ja. Come on, man. Ask dennis mit selbst, ob du mir ein Hut gibst. Ich bin so sad. Oh! Sehr cool. Ich bin so dead inside, dass ich nicht... Ich habe gar nicht gesagt, dass das war romantisch. Ich denke, das Volumen der TV ist zuerst. Ja. Oh, Heide, wir sind in Sicilien. Oh, das ist so nice. Ich denke, das ist... Oh, was ist es? Nein, nein, nein. Secret Hitler ist ein anderes Spiel. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann sagen. Das h-Wort. Aber... Ich entschuldige mich. Es ist ein anderes Spiel. 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 Oder das ist ein anderes Spiel. Du hast es eine Haltionelle. Als es ein, wenn es eine Haltionelle ginge. Du kannst es definitiv nicht ausdrücken. Ich will, dass es nicht so sagen. Es ist ein anderes Spiel. Du kannst es so sagen. Aber es war ein anderes Spiel. Es ist ein anderes Spiel. Es ist kein anderes. Baut ist es? Es ist ein anderes Spiel. Du kannst es nicht so sagen. Ich will nicht, was alles zu sagen. Es war ein anderes. Oh, das war clean. Almost als ob er eine Box hat. Ich denke, da, stattdessen, ist es da unten. Aber ich denke, dass die Pizze nicht ausfallen ist. Aber ja, Sicilien ist super schön. Ich muss da einen Tag gehen. Ich bin in Kalabria. Und es war unglaublich. Die Wasser war warm. Ich hatte die beste Pizze in meinem Leben für 5 Euro. Es war so schön. Der Süd in Deutschland ist so kalt. Das ist in Norden. Ja, das ist das, was ich sage. Es ist schlechtes Branding. Warum? Es war ein PR-team, ein Marketing-team, das hat entschieden, das zu kalt. Das ist richtig. Es ist kassier. Aber auch nicht das. Oh mein Gott, das Waveschreiber. Und vielleicht war es in der Waveschreiber. Die alles, die nicht PC-igeen. Wie Cards Against Humanität. Und dann haben sie ein paar Spiesen-eigenen. Ja. Ich denke, es ist nicht eine gute Art. Die Waveschreiber haben. Wie sind es, was ich nicht gewonnen? Fuck. Aber das war. Es ist eine Weise zu sagen, Sexual Assault zu sagen, aber es ist nicht so wichtig. Die Orange? Oh ja, ja. Und die Tomatoes? Oh mein Gott. Ja, die Süd ist einfach anders. Ich wünsche ich nicht die Mafia und die Ökonomische Probleme. Das wäre so gut. Und auch als Teil Teil von Italien. Ist es die Hot Eye? Huh? Ist es die Hot Eye? Ja. Ja. You can text me doch. Okay, ich will text you the word. Ich weiß nicht, wie sagen bad words works auf Twitch. Es ist das Wort. Es ist Napoli. Es ist Napoli. Das ist Dany. Das ist reformierbar. Ja, ich riechte dich das Wort an. Oh mein Gott. Oh, jetzt gehen wir Dany's. Holy shit. Er ist 3-Doh. Ja, ich hab dir das Wort gebeten. Oh mein Gott. Ich denke, es könnte Worlds of Shine sein sein, aber... Oh mein Gott, der Parasol... Los geht's, denis! Oh! Oh! Armada! Oh! Oh! H-Word. Oh, ja, okay. Ja, ich weiß nicht, was das H-Word ist. Was? Wie ist das H-Word? Es ist auch lustig, dass wir drei verschiedene Gespräche haben. Ja. Einer auf Twitch, einer auf Vocally und einer auf Whatsapp. Oh, 2-1, oder? Er w vehicle. bei Westernster grandes Jungs. Ja. Keep it her for non-stop. 3, 8, 9, 10, 12, Ellene. Uh! Uh! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier steht dann, hier steht dann, hier steht dann. All right, I'm gonna go play for some friendlies. 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 So, keine Ahnung. Scheiße. Nicht zu den Leuten. Keine Ahnung. Let's go. So, dann hol ich mein Geld. Soll ich dich vermügel? Soll ich dich vermügel? Soll ich dich vermügel? Soll ich dich vermügel? Guys, who wants to play Mafia? Arms up, who wants to play Mafia? Hands up. Komm mal, eine Wunde geht, eine Wunde geht. Seven, eight, nine, nine. Let's go. Nice. Getting rich. Mega. Uh, acht Euro. Digga, endlich Essen wieder. Ja, mach. Digga, ey, ich gehe gleich zum Reden. Die Doppel hat es den Medi zu reduzieren. Bei drei Euro und Scheiße auf zwei Euro. Was? Digga, das ist gut. Du hast die Medi vor Date und du bist nicht mal da. Die Doppel ist? Du kannst, wenn du mit dem Laujahr zugehoben bist, du bist mit Silvester nur hier. Ich bin aus dem Zweifel. Digga. Okay. Erstens, wir gehen am 25. abends feiern. Mit Leuten und keinem Spieljahrgang. Wir machen sehr krass. Aber es kann jeder kommen. Sei dabei. Und Silvester hat eine andere Kneipe. Oh, nein, da bin ich selbst dabei. Oh, nein, da bin ich selbst dabei. Oh, nein. Was muss man hier? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ah, ja. Ich habe mich schon eingedeckt mit dem Spieljahrgang. Beide. Hey. Weißt du, was ich heute geholt habe, was ist das Gebot? Tillmanns Post-Napstitze. Ah, da bin ich, ist ein okay. Die sind wirklich legit okay. Die Schicklinge davon? Ja, okay. Die Sache, wenn wir so Schicklinge holen, immer die neuen nachzählen. Die nur in Frank und die auch. Wenn wir so Schicklinge holen, dann ist immer die... Die... Machst du die Gäber? Ja, ich hab's. 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 Ich hab meine... Ich hab meine... Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Hey, guys. Did you know that Ace tonight cooked the nice risotto? And there's way too little money in the glass. Did you guys know? Ja. 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 Danke dich, Mats. Hä. Alex. Ich hab's. Dann hur amyas. Dann ist's. Ah. Dann. Ich hab's. Na ja. Vielen Dank. 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 Let's go. 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 All right. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. All right. Let's go. Let's go. wake up. Let's go. 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 let's go.. let's go. Willst du die Toilette spray? Nein, erst die Nacht und dann die Toilette spray. Ja? Du kannst nicht f***ing pissen. Ich weiß. Ich bin pissen. Alright. Und jetzt, Magik, bitte. Turn auf die Musik. Oh, ja, sorry. Ich bin sehr dankbar. Du bist mein DJ für diese Nacht. Nice. Und jetzt, alle Hände auf. Und jetzt, meine Mafia. Mafia wakes up. Mafia, decide on who you want to kill. And now, Mafia heads down. You guys are going back to sleep. Mike Pop wakes up. And tells me who you want to check. That is a safe indeedle-do. And now, magic stops the music. Because everybody has to get back up. Except Alex, who got killed. Pretty safe to say that he got killed by Mafia. And now, you guys can all go take a toilet break. I won't start the timer. But please, don't talk about the game at all. Up until you guys are all back seated. Is ja keiner von denen hier. Von die Weibers. Von die Weibers. Alright guys, so who do you think of it? No, no. No, that wasn't very. So I'm talking about the game. That is... Hug Boxing. Hug Boxing, let's go. Hug Boxing, let's go. Our first round is hug. The first round is hugging. I feel like we would have just hug while boxing. Oh. But I think that's illegal, actually. Who the fuck has that? There was in the morning. Who the fuck is that? That's good for me. Okay. Da haste he just slept, man. You can't sleep. You can't sleep. You can't sleep. You can't sleep. You can sleep. Yeah, exactly. But he was already a friend. And he was a little bit better. He got a little bit better. Yeah, I haven't checked yet. I'll see you later. Thank you. Danke. Aber wir wollen jetzt auch noch fest, dass Dieter wird. Geht's dir gut? Macht's jetzt. Geht's dir gut? Okay, das soll ich für den Müll weitergehen. Ich hab aber auf jeden Fall nicht wollen. Ich hab' eine, ne? Eine? Ich hab' alles fast, alles fast. Ja. Alle außer dir. So, mein Paar. Ich hab' alles fast. 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 Irrelevant, Mimi. Wo ist die Karte? Da ist mehr Karte? Wait, da ist mehr Karte? Nein, da ist nicht. Das ist mein Problem. Zum Schäden. Ein Spiel später mit zwei Bier�� Speis endest ab. Wo ist ich eine Karte? Bier und Wasser? Bier und Wasser ja! Bier und Wasser. Und Leute, wir haben ein 3er Bier, das nicht fertig ist. Ja, das ist ein Bier. Wer ist das? Was ist passiert hier? Wir haben 3 Bier und ihr habt gesagt, ja, f*** das. Nein, das war so. Du hast Satsuki. Ja. Ja, vielleicht werden wir das über den nächsten Tag sagen. Ich werde ein paar Träte machen, aber ich werde euch alle zu tun. Ich werde ein paar Träte machen. Ja, das ist ein... Das ist ein weiteres Träte. Nein, aber das Träte ist ein weiteres Träte. Ja, ich sehe ein paar Träte. So, du willst zu Kanzi aus dem Group Chat? Ja, das ist nicht so. Wir haben eine Struktur-Test und wir können uns entscheiden, was wir jetzt kommen. Oh, wir können auch mal machen. True. Ja, wir können auch mal machen. Ja, ich bin all in für die Bier, aber ich bin auch all in für die Pommes. Ich denke, es ist nur ein Dessert. 3K? 3K? Ja, ich denke, es ist nur ein Dessert. Ja. Ja, jetzt haben wir eine Mai-Karte-Dessert. Oh, shit. Ja. Ich denke, Sie wissen was. Ja. 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 Okay, so PP-Dudu Break is over. Magic, please hit the pause button. Das ist die Magik. Das ist die Magik. All right. Oh, mein Gott. Guys, ich möchte euch sagen, dass Alex die letzte Nacht kam. Die Leute nicht sprechen. Ihr könnt, sehr quietly, in Magik's ears, wenn ihr wollt. Ich spreche nicht mit jemandem. Und ihr habt jetzt 7 Minuten, was ihr habt, was passiert? Wer war es für Aids to Die? 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 Ja. Wer war es für Aids tolle Mafiä? Wer war es für Aids tolle Mafiä, wie du willst. Ich denke, wie die Mafiä war es für D2. Ich meine, sie wollen dich zu töten, aber natürlich nicht für dich selbst. Aber mein WIFE geht zu D2. Also, ich glaube, jetzt, würde es gut für die Koffer kommen, wenn sie zwei Konferenz für John kommen? Ich meine, sie könnten beide dead sein. Ja, wir sollten einfach das diskutieren. Und die Koffer sagen, dass er Koffer ist. Ja, du kannst ihn nicht mehr auf. Es ist möglich, dass er... Oh, einen Moment. Du kannst einfach mal raus und sagen, dass du in Rope hast. Ich könnte sagen, ich bin der Koffer, ich bin der Koffer, ich bin der Koffer, ich bin der Koffer, und du wirst nicht wissen, dass es wahr ist. Ich könnte, dass ich der Koffer habe, wie ich der Koffer habe, und ich bin der Koffer, und du wirst nicht wissen. Also, das kann ich nicht mehr auf. An diesem Punkt, ich denke, wir können nicht mehr auf. Das ist ein Koffer. Oh, sorry, die andere auch nicht schlecht. Danke. Wir haben die Brainfeldung. Okay, ich würde mal kurz... Okay. Ich würde mich mal kurz... Okay. So, um die Koffer, ich muss natürlich zwei Koffer machen. Die Koffer sind die Koffer. Die Koffer sind die Koffer. Die Koffer sind die Koffer. Wenn ich der Koffer ist, dann wird es ihm. Und dann ist das ein tolles Incentive für alle, die Mafia ist, aber nicht ihn, zu töten Alex. Weil jeder würde denken, dass es nur das ist. Aber dann, ich denke, am Ende der Zeit, mein Spiel geht es um... Ich glaube, dass es nur die Koffer ist. Wenn wir die Koffer sind, dann geht es um... Ich denke, dass es nur ein Punkt macht. Ich denke, dass es nur ein Punkt macht. Ich denke, dass es nur ein Lester macht. Weil man das nicht macht. Es ist zu wollen. Also, dann ist es auch ein Punkt. Das ist das eine Statement von Team. Das ist das eine Statement, dass man sich nicht sicher ist. Ich bin sicher, dass ich mich nicht mehr die Koffer bin. Wenn ich mich nicht mehr so mache. Aber dann ist das Punkt, dass er gesagt hat. Das Ex-Statement hat nicht so viel zu machen. Er macht sich einfach so viel. Ich denke, dass es nicht so ist. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Ich habe gehört von euch. Ich habe eine sehr level-mafia-Sendung gesagt, wo du gesagt hast, dass er nicht wählt, dass er nicht wählt für dich. So das ist warum du nicht killst ihn. Als der Mafia, du sagst, dass er als der Mafia würde, dass er nur die Leute, die für dich wählt, wie er, oder er. Das wäre so offensichtlich. So you're saying that you wouldn't kill him because he's a quote for you that's kind of like... Kind of. I'm going to be able to tell you I'm going to die. Yeah. But I just wanted to make sure that everybody got that part. I'm not saying that it's a thing that I have to point out. Because it doesn't really truly make sense. You can't just say that you're safe because he's a quote for you. That doesn't work. Okay. I just wanted to point out. Yeah. I have an idea. Because like... I think it wouldn't make sense to kill Ace even though I'm not sure use Mafia. Just because of, like Maxi said, like... Five people, I mean, it's like they don't really contribute that much, right? And it's better to kill someone than just let the game go. Yeah. But especially this round... So now I want to hear... I actually want to hear the weasels for the people who didn't work for... Oh, yeah. That's good. Two and a half more minutes. Okay. My reason was, like I said before, it wasn't necessary last round. I think this round we need to kill someone. Like, we are seven people now. Mafia will kill one next round. And if we kill one now, then we are next round five people. Like two Mafia, three crowns. So basically I agree, but my reason that I didn't vote was because Finn actually, like, his argument was, like, we can't kill someone this well because then we will be too less people. And then I was kind of surprised that he voted for him. Yeah, that if he... I think it's like the opposite. I feel like we should start killing that one. I understand that if I don't figure much, like, but like, we're both, we don't figure much. Yeah, that's why now we're not doing anything. What was your reason? Not to vote for him. But, no, it was theory to sub-sign gases because there's no... That's his reason. Or is that? I think it's different. There's no evidence for him to be not there. Like, other... Yeah, that's just, like, there's no evidence. So, it's just, like, a very... Can we vote for Goph to die the throne, Finn? Because, I think, like... The thing is, like, when you hit someone in the videos, it's not about what they wear, so it's just... Is it not? Is it not? No, 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 it's not revealed. Let me know. But the thing is, when I wanted to vote Goph of the throne, I think, like, he said, like, we don't have enough evidence. We don't have, like, clear evidence if it's about, like, we don't have a cop confirmed or anything like that. And, like, we need to have this one lucky shot, like, from White and... Yeah. It's, like... And I think it seems, like, yeah, I don't want to kill anyone, because, like, if you don't want to kill anyone, like, just chill, but you will win. Like, I think, like, if you... Even if you don't really have evidence, you need to kill someone. It's, like, very neutral... Yeah, it's way too... Like, Goph is way too neutral about it, but neutral is good for nothing. Neutral is very good for nothing. So, is it something like you're neutral with the power in the world of the game? No, no, I mean... I mean, he's... Like, from the statements he's telling me, I feel like he just didn't go for you, because you don't want him. Like, that's kind of... Also, I'm starting to see... Only three people vote him, and I'm like, oh my god, time is up, you guys! I won't pop that. Nobody has to finish their points, because time is up. There was seven minutes already. That's fine. Is there a suspicion that needs to be aired, though? Someone has a suspicion there. Yeah, I won't pop that. Alright, is there anyone who wants to second that... Oh, okay. There's three people already, alright. So, now Gorth has 30 seconds of a defense for himself. Wait, no, first defense? No, no, only defense. There's no first. He gets it themselves, and then we vote. Isn't there a second? No, there's no arguing back and forth. No, 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 but can I make a second suspicion? No, because your time is up. You only get a second suspicion if your time is not up. So, there's only one suspicion? Yes. And the first one wins? Yes. Oh, okay. But... There was only one, so, you know... Well, can we discuss if there's a second? No, your time is up. No, the thing is, you could have discussed this earlier, if you would have discussed this at like minute five, and you would say, okay, so we have two suspicions. Let's do this one really quickly now, because I stopped the time when there's a suspicion going on. No, but I really want to vote for someone, you know? Yeah, but... Can I find the audience? No. Okay. You should have aired your suspicion earlier. Yeah. All right. So, now it's Gore's time to defend himself. I will start the timer for 30 seconds when he starts speaking. Okay. So... That's three seconds lost. If I was marked, yeah. I would always vote to kill people, because in the rounds, like, it's earlier for me. It's like, it's very... It would be a lot more effective to just vote. And besides that, I don't like doing these blank shots, because I know if I die, you just kill the town. And I thought the same way about Ace. What if you kill him, and it was just... And that is your time, Gore. Unfortunately, your time is up. That was 30 seconds already. Everybody heads down. Don't look up while I collect your votes for Gore. Afterwards, when everybody has already voted, keep your heads up. And then you can also take a look at him. I will count up to three. And everybody who is in favor of killing off Gore, which at this point would be... Still five people. No, four people. I will count this out. We have four people to kill Gore. One, two, three. Everybody heads up. Keep your hands up. These are four people. It is Maxi, Ace, Zeno and Donald. And Gore is out of the game. And everybody goes back to sleep. Magic, please start up the music. Also do whatever sound effects you want. But dead people don't speak. I am sorry, you guys. Alright. Mafia heads up. Who do you want to kill? Check in with me. Do you want to kill the person that I am pointing at? Well, that is fine with me then. Whatever you want, boss. Mafia, go back to sleep. Now, cough, wake up. Tell me, who do you want to check this night? Been a lot of suspicions. Some haven't been aired. Some have been. Maybe. You have a clue. Alright. Cough, go back to sleep. Dog, wake up. Decide on who you want to save. Is this a legitimate person to save? So... I'll let it pass. And now... Magic! DJ! Stop the music! Everybody wake up! Except for Maxi. Who has been utterly fucked by... And I think I'm... I can't say that... The Mafia. I actually have been suspicious about Maxi, but anyway... You guys have six minutes to discuss... What has been going on last night? Okay... That's pretty crazy. Like... I think my power roll doesn't properly... Like... Get us anywhere from this point on. I confirm... I'm the dog. I text me, him, me... The last three rounds. I think probably... We are like... We are five people now. Maybe two Mafia. So... If we vote off the wrong person... We are pretty much dead. Then... Does someone else want to confirm... Let's keep the dog. You save yourself? Of course. I'm not drunk. Who are you? I don't know. Yeah, but... I saved myself. That's him because... I told... I think that's... The Mafia. Because... They have to be two Mafia. I'm not sure... Grog could be Mafia... But... Like... Okay. I want to just go back to the ASOS. But... No specific... We have time... We have no specific reason... Just... Wait... Would be like... Would be the Mafia killing... Like... Magic... Him... Magic... Alex... Maxi... Yeah... So... Since there is no... Okay... I feel like... I want to trust the statement. You know... There is a certain chance... That the dog has already died. Okay... I am not... But the... The Mafia would have... Wait... Don't... No... I'm trusting him. Because... No one else... Coming out as dog... And... That... Just... Has to be enough reason... You know... We... I don't have... I mean... I mean... To do... I would assume... The cop is dead. One... One reason... Why... I'm... Probably... The dog... Like... The dog... Tried to take... Himself... As much as possible... Like... There is such a... Short window... Like... There is only one round... Where the dog... Can't save himself... And that is the second round... Like... The first round... The dog... Always saves himself... Then... Another person... Then... And... Like... Only on the second round... You can kill the dog... And... Like... It could happen... That someone else... I get the dog... The craziest mind game... When I get a dog... Like that... And... I mean... If I was... Mafia... I don't know... If I killed the dog... Or not... But... If I would be... Mafia... I need to kill him... In the second round... Otherwise... He would still be alive... And... Someone... In the second round... To save the dog... That's not the case... I'm so unlikely... That the dog... Is... I'm not... Other than me... I'm pretty... Save the dog... If you understand... What... I try to say... Like... I mean... I understand that... Like... If you keep saving yourself... Like... Trusting that... You are gonna be the aim... Yeah... Of course... I don't want to die... Because I have a power role... Why should I save someone else... Besides me... I know... The thing is... I don't know if you... I don't know if you are tall... Or you are tall... Or you are tall... I know... I'm tall... I want to survive as long as possible... And I think that's enough... Everything is... Everything is... Yeah... All the people... Yeah... This is kind of... We are just talking about the game... About what's going on... So... I feel like we should be... Yeah... To be honest... For me... I'm... No... For myself... I'm pretty sure he's a dog... If not... I mean... I'm like... I mean... Okay... No... Wait a second... Sure... I'm sure I'm... I think we have to... I mean... I... There is a little bit of suspicion... Because at this point... I think we kind of realize... Okay... The dog... He might have realized... So... Okay... The dog and the dog are just there... I don't know... I... 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 Just a second... Can we have some... Some defense or something... You know... So we... Have an opinion... I actually think... They are mafia... Yeah... I think... I'm almost sure about it... I... I mean... I... I just want to... Yeah... I... I'm just gonna... Now we have to point on somebody... No, no... This is not... Like... Because he's keeping... Like a lot of... Because you can talk... And you can maybe not talk at all... Play it cool... And also... You can... Like... Over-travel... I... I think I don't think about them... Can we... I... Also, here... ...on... We have... Everyone at least have a chance... To talk at a time... Das ist was ich zu sagen. Er sollte auch nicht mehr zu sprechen. Ich denke, es ist irgendwie... Wie ist es, Martian? Ich weiß nicht, ob Karlsruhe ist, Martian. Ich denke, das wirrige Sache ist, wenn du ein Hund wieso würdest du sich schützen? Nein, nein, Moment, Moment, Moment. Weil er überhaupt nicht schützt war. Wie andere Leute... Ich kann sagen, ich kann sagen. Auch einfach adulthood. Auch schon so Bonus! Natürlich ist das nicht genug Adapt. Ich bin nicht genug zu machen. Ich kenne noch ein äuева incorporating. Ich habe gar nicht Angst, ich lebe den Hacken nicht. Ja, ich komme speziell. Ich habe nur Angst, aber auch Angst vor St masaus hat ein Wärme. Ich tickte es mir so, Aber ich bin somirabhängig, Aber ich hingekomme beiden. Oh mein Gott, Guys! Time is up! Do you guys have a suspicion? We have two people on this suspicion now. Zeno gets to defend himself for 30 seconds. I will start the timer when he starts speaking. Okay, and like I don't think my point was getting. My point was if he's like the doctor, why would he say that not the people that we're like talking so much, best if they are like a threat for the mafia, because you were like in the battle and nobody was like thinking you're a threat, I think. And that's the reason why I think it's kind of, I don't want you out, but I think it's kind of, I don't know if I want to trust you like that. And these are 30 seconds exactly. Everybody heads down. We have one, two, three, four, five people, so we need three to vote of Zeno. On the count of three, you will raise your hands if you are in favor of killing our birthday boy. One, two, three. Heads up, that's exactly three people. Zeno is dead and we go to night. Magic? Turn it up! Another one! Everybody heads down. Mafia, wake up. Reveal yourself to me and tell me who you want to kill. There is a certain amount of people left who are able to be murked by your hand. Just tell me and I will kill them for you. And you have decided. Mafia, head down. Cop! Wake up. Tell me, who do you want to check? Who was really suspect? Or maybe you have a secret suspicion, I don't know. Alright? Head down, cop. Now my doctor wakes up. Who do you want to save? Dog, go to sleep. Everybody wake up. Magic, stop the music. Everybody wakes up except for Donner who has been killed. Now, we have a certain situation here where there are only three people left at play and I will give you three guys five minutes to decide who the last mafia person is. There will be no regular vote. After the five minutes end, you guys will put your heads down and point at the person who you think is the most suspicious. Five minutes start as of now. Wow. Wow, well. Okay, so it's either one of you. The thing is… Maybe it's both of you. I will not study your studies. Probably it's them. You guys were playing so much on the defense in the last round and like they seem like they had some kind of connection. Also you did them both, right? Okay, so I'm pretty sure that by now we can confirm that Dome is safe for his, then me, second, then me again, because he died for Trump. So the Mafia also must have been aware of the fact that Dome doesn't have anything to save himself for the Trump. Yeah. And at this point, no offense. I feel like it's more you. Because I know you are more playing the meta game. Dude, I swear. Very good. Okay. Did he even vote for Kero to die? For Zasco? Did you? Even though. Did he vote? Did he vote? If he were the Mafia. Did you vote for him? I didn't vote for him. Come on, man. I think that was not necessary to vote for him. Why would you vote for him? No, like, it would make a chance. It would make a change. Yeah, right. We were more people. If you think about, like, if you were for me, I would have been there, though. I love this powerful story. Thank you. No one's considering me. Already they were, like, saying the same things about Dome. They were already. I gave you guys one more minute. Because we were talking about Dome. Okay. 30 seconds, everyone. Like, just make a say. Okay. Oh, no. You guys have, like, almost four minutes left. Okay. I gave you one more. I didn't really get the chance to do because of the characters, by the way. Which is another thing about morning. Like, if you're a Mafia at this point, you really want to do. You really don't want to do the chance. So, what I know, please, so, what if you said that if you're a Mafia at this point, you want to stay, because you want to defend yourself, especially if someone is so suspicious of you. And it's a freeway. So, yeah, basically, just, I don't know, like, the fact that he didn't vote, that's already pretty sus. But also, it was going through the defense, after we went, like, yeah, that's kind of suspicious. It was like, oh, no, I won't do it. The thing is, the exact same thing. That does the difference. Neither of us really went through the defense, I think, whenever some of them, well, I mean, you have been suspicious. But, to be honest, neither of you were, like, in a situation where you were on a defense. I mean, I saw you also defending yourself in a situation where everyone, like, was against you. That's true. And it would be nice to hear you, like, if you were going to be defensive, I can't defend it with you. Because, like, Daniel was doing my defense, but I was never doing his defense. Wait, can you repeat the last thing? He was using my argument, but I was never even... Can he say he downrighted that? Well, I was saying that you were using the same argument, like, seven different ways of what we're talking about. Exactly. No, no, but I mean, like, defense of who said it first, it's, like, original or not real. It's not, like, we think in the same way. No, no, that's not what I'm saying. So, it's like you said something and you were like, okay, I gotta team up with it. Like, we are a team decision and I have to reinforce this point or something like that. I don't know why you think that. If you're Mafia, if I was Mafia, last time, I would have definitely voted for Dino, even if he's the second Mafia, just to fear myself of suspicion. So, that could also be a thing, I f***ed, I don't know, man. Why did you not vote for him? Why did you not vote for him? I thought it was not necessary, man. But it was necessary. Well, if I voted, maybe I was going to read. Because if I voted, maybe we were going to be in this situation, we were like, oh, he voted, then not Mafia. Then he didn't vote, then he's not. Oh, we were in the same situation, we were in the same situation, we didn't have to do it anymore. I don't know, can I just repeat? Oh, yeah, sorry. Just, it doesn't mathematically make sense for the statement. Because if you fight people, you always have to kill someone. If not, and two Mafia's are still alive, the next one you automatically use, because the two Mafia's are just going to kill one of the people. And then you are in a 2-2 situation, where the Mafia's always going to win the out due to the number to be hired. You know, the Mafia's always going to certainly kill, and they're just not going to vote on each other, and therefore the Mafia's always going to vote. So, if there's 5 people left, the Mafia always have to elect to not vote, because if they don't vote, they just win the game. So that, definitely, just from a mathematical standpoint, says that you're a Mafia. Well, I didn't mean that, I didn't mean that. Well, I mean, to be honest, I will count, you know, like, 5, 3, 2, but to be honest, if you wear some, I think you're usually kind of like, okay, what do I have to do to win right now? So, you can see that already, I have to kill someone, otherwise we mathematically lose. Stopped. Okay. Okay. And time is up. Dankeschön. Everybody heads down, and on a count of 5, you guys, yes, on a count of 5, you guys point at the person, who you think is the one Mafia left. No, you can't keep your heads up, because otherwise you get influenced by another person. Everybody heads down, I will count down from 5 to 0. And at 0, everybody should have reached their conclusion on who is the one Mafia. Also, Finn, point for your list. 5. I know, I know. 4. 3. 2. 1. Yes. Finn is pointing in the direction of the other. Oh, and he takes? Alright. Ciao, Finn! Go, 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 go! That's a match. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Dude, I heard you. Thank you. Thank you. That was the second. What? 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 Good night, everybody. Nice. We did it. Woo! Hey, it was so clear with him.